Schaut euch das an. Die machen jetzt ein Foto von sich vor meinem Haus, wenn die Polizei daneben steht. Und über sowas sollen wir sich nicht aufregen? Ist das aber ja verfickter Ernst? Das war zu Info, das waren die zwei Polizisten vorhin, die zu mir gesagt haben, dass ich das nicht mehr zeigen soll. Danke fürs Gespräch.